Es sind immer die Menschen, die ein Unternehmen weiterbringen und entwickeln. In unterschiedlichen Funktionen und Aufgaben treffen sie Entscheidungen, gestalten, kommunizieren und prägen am Ende den Erfolg ganzer Organisationen. Jeder entsprechend seiner Fähigkeiten und Talente. Die zentrale Frage lautet daher, mit welchen Mitarbeitern sind die künftigen Themen zu bewältigen? Also die großen Herausforderungen, sowohl im Mittelstand als auch auf Konzernebene im Personalbereich, liegen im Grunde in zwei großen Bereichen. Einmal die gesamte Thematik Nachfolge und zum anderen der demografische Wandel. Darauf muss reagiert werden, indem man zum Beispiel die besten Leistungsträger identifiziert und deren Potenziale analysiert und zum anderen in der Schaffung einer Arbeitgebermarke. Viele dieser großen Aufgaben sind oftmals besser durch eine gezielte und professionelle Hilfe von außen zu lösen. Personalberatung ist zu 100% Vertrauenssache. Vertrauen in den Berater und in seine Kunst. Vertrauen bedeutet für mich vor allen Dingen eines, einander verstehen und gemeinsam langfristige Lösungen und Ergebnisse erzielen. Nur darum geht es. Wir hören Ihnen erstmal intensiv zu. Denn ohne Zuhören gibt es kein Verstehen. Ohne Verstehen entsteht kein Vertrauen. Dieses offene, persönliche Gespräch ist im Grunde genommen ein Intensiv-Check-up. Ein Intensiv-Check-up bedeutet nichts anderes, als dass man am Ende genau weiß, wohin man möchte. Der Unternehmer weiß, welche Führungspersönlichkeit er sucht und was sie tun soll, damit die unternehmerischen Ziele, die er klar vor Augen hat, umgesetzt werden. Und der Unternehmer weiß, der Berater hat mich verstanden. Oft müssen wir die richtigen Kandidaten gar nicht ersuchen. Wir kennen sie bereits, weil wir in bestimmten Branchen sehr tief vernetzt sind. Und wenn wir sie noch nicht kennen, dann müssen wir die Menschen mit den passenden Fähigkeiten dazu finden. Wir wissen wie, wo, mit welchen Mitteln. Bei der finalen Auswahl der Leistungsträger gibt es verschiedene Möglichkeiten, um eine Entscheidung wirklich abzusichern. Man kann Assessment-Center im Unternehmen durchführen. Man kann auch Workshops mit den Teilnehmern und Unternehmen vor Ort an Praxisbeispielen durchführen. Es gibt wissenschaftlich anerkannte eignungsdiagnostische Messverfahren, die eine gute Absicherung gewährleisten, weil sie rechtssicher sind, valide sind. Und das ist einfach eine wichtige Grundvoraussetzung bei einer Entscheidungsfindung. Unsere Mitarbeiter sind sehr wichtig für den Erfolg unserer Beratung. Sie sind seit Jahren an Bord. Sie kennen unsere Kunden und unsere Kunden kennen unsere Mitarbeiter. Wir behandeln alle unsere Geschäftskontakte in höchstem Maße hochvertraulich. Das bezieht sich natürlich auch auf die Kontakte zu allen Bewerbern. Denn Bewerber wenden sich nur dann an uns, wenn sie sich sicher aufgehoben fühlen und kompetent behandelt wissen. Dazu gehören natürlich faire und offene Rückmeldungen zu den jeweiligen Kandidaturen, das Ganze zeitnah. Und somit entsteht auch an dieser Stelle in höchstem Maße Vertrauen zu dem jeweiligen Gegenüber. Auf der Grundlage unserer mehr als 20-jährigen Beratungspraxis wissen wir, worauf es in dem hochsensiblen Thema Personal ankommt. Auf Kompetenz in den jeweiligen Märkten und Branchen, auf hohe Professionalität in der Projektabwicklung sowie auf ein hohes Maß an Empathie. Wir möchten, dass unsere Mandanten ihre persönlichen und ihre unternehmerischen Ziele, bei denen Top-Führungskräfte und Spezialisten die zentrale Rolle spielen, wirklich erreichen. Das betrachten wir als gemeinsamen Erfolg.